Ich lerne Deutsch. Nummer 2486 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Kundin freut sich über die Tasse Tee im Restaurant. Gleich bestellt sie noch ein Stück Kuchen. Die Kundin freut sich über die Tasse Tee im Restaurant. Ich kann überall auf der Welt arbeiten, auch wenn mein Arbeitsplatz sehr klein ist. Ich kann überall auf der Welt arbeiten, auch wenn mein Arbeitsplatz sehr klein ist. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Die dringenden Arbeiten im Büro müssen vor Weihnachten noch alle erledigt werden. Die dringenden Arbeiten im Büro müssen vor Weihnachten noch alle erledigt werden. Die Datenanalyse sieht gut aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Datenanalyse sieht gut aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Datenanalyse sieht gut aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Du schaffst das. Gib alles, dann kannst du auch dieses Gewicht stemmen. Du schaffst das. Gib alles, dann kannst du auch dieses Gewicht stemmen. Ich kann nicht nur gut schwimmen, sondern ich kann jetzt auch mit Taucherbrille und Schnorchel tauchen. Ich kann nicht nur gut schwimmen, sondern ich kann jetzt auch mit Taucherbrille und Schnorchel tauchen. Ich kann nicht nur gut schwimmen, sondern ich kann jetzt auch mit Taucherbrille und Schnorchel tauchen. Der Hund versucht, durch das Loch in der Wand zu kriechen. Wird er es schaffen? Der Hund versucht, durch das Loch in der Wand zu kriechen. Wird er es schaffen? Der Hund versucht, durch das Loch in der Wand zu kriechen. Wird er es schaffen? Es freut mich, dass es dir bei uns gefällt. In unserem Team kann sich jeder selbst verwirklichen. Nach einer langen Schicht braucht der Arzt eine Pause und setzt sich hin. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mit dir habe ich das Große losgezogen. Du bist wertvoller als jeder Lotto-Gewinn. Mit dir habe ich das Große losgezogen. Du bist wertvoller als jeder Lotto-Gewinn. Dieses Problem lösen wir gemeinsam im Team. Das ist das richtige Boot für uns. Damit möchte ich über das Meer fahren. Ich habe mich verlaufen. Wie finde ich den richtigen Weg zum Bahnhof? Ich habe mich verlaufen. Wie finde ich den richtigen Weg zum Bahnhof? Ich habe mich verlaufen. Wie finde ich den richtigen Weg zum Bahnhof? Ich habe noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin der Chefarzt dieser Klinik. Wir brauchen dringend mehr qualifizierte Ärzte. Lachen stärkt die Abwehrkräfte und der Hormonschub bringt Glücksgefühle. Hockey ist mein Lieblingssport. Im Verein spiele ich seit drei Jahren. Hockey ist mein Lieblingssport. Im Verein spiele ich seit drei Jahren. Amelie dreht mir den Rücken zu und läuft den Berg hinunter ins Tal. Amelie dreht mir den Rücken zu und läuft den Berg hinunter ins Tal. Amelie dreht mir den Rücken zu und läuft den Berg hinunter ins Tal. Ich begrüße dich als neuen Mitarbeiter in unserem Team. Es wird dir bei uns gefallen. Im Frühling hängen wir diesen Kranz an die Tür. Im Frühling hängen wir diesen Kranz an die Tür. Bei starker Belastung spüre ich immer noch meine Schulterverletzung. Bei starker Belastung spüre ich immer noch meine Schulterverletzung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bei starker Belastung spüre ich immer noch meine Schulterverletzung. Abend. Auf Wiedersehen. Einen!